3, 2, 1 Servus und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf eiskalt.tv So, heute gibt es wieder eine Challenge mit dabei, bei Ihnen daheim, Valentin, hallo! Hallo! WalleKey.98 Wait a minute! WalleKey.98, achso, so gut kennst du meinen Instagram-Account. Grüße gehen raus, Walle.Key.98, alle Eben, alle Freude, ciao! Und hinter der Kamera unser lieber Finna. Hallo! Hallo Finna! Wir spielen heute das Spiel Erkenne die Lieder aus den 90ern. Das Ganze wird abgespielt wieder über Finna seinen Laptop. Das heißt, Finna singt nicht mit seiner Engelsstimme, sondern es wird alles vorgelesen in einer Computerstimme. Wir müssen erraten, welches Lied es ist. Ist eine Challenge. Das heißt, es gibt eine Bestrafung. Folgende Bestrafung. Das ist statt 12, statt 2012. Oh nein, das kann man nicht essen. So. Ohohohohoho. Ohohoho! Whoops. Gut, das war so... Ich wollte das Wasser nehmen! Buah, ist es noch essbar? Natürlich Spitzenprodukte, rote Teig, Currypaste. Damit kann es losgehen, da wir jetzt unser Bestrafungs-Ding gefunden haben und deswegen wir kann es losgehen. Was ist ein Satz? Mit viel Endes. Finna, bringst du uns ein Beispiel? Genau, ein Beispiel haben wir, damit ich euch mal zeigen kann, wie das funktioniert. Das ist da, wir machen das. You can't touch this, you can't touch this, you can't touch this, you can't touch this. You can't touch this, you can't touch this. Also Runde eins. Now throw your hands up in the air and wave them around, like you just don't care if you want to party. Let me hear you. Wie heißt das Lieb? Rock your body. Everybody rock your body now. Everybody was. From Backstreet Boys. Backstreet Boys. Ah, Junge. Eww. Eww. Runde zwei. I'm a blonde bimbo girl in a fantasy world. Barbie girl! Yeah! Barbie girl in my Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. You can brush my hair. Oh my god, Alter. Das ist böse geil. Alles macht böse Spaß. Nächstes. If you want my future, forget my partner. I wanna be my lover. Wannabe. 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 Jaaaa! Wannabe. 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 Was für Lemon Tree 2.2. Anyway, Mambo Nummer 5! Ja, Mambo Nummer 5! Mambo Nummer 5! Oh mein Gott, Oleg! Das ist total schwer! Wie schlimm ist es? Man sucht den Takt. Ja, du hast gar keinen Takt drin. Weil er liest ja immer Zeile. Weißt du, was das Schlimme ist? Durch zwei Punkte Vorsprung? Nein, ich kenn die Lieder nicht. Also ich kenn den Namen der Lieder nicht. Ich kenn die Lieder an sich, den Song und so. Das denk ich, aber das hat einfach schnell weitergesungen in meinem Kopf. Wie ist das gar mit? Angela. Du kennst die Lieder und kannst sie auswendig und so. Aber Songtitel, keine Ahnung. Aber weißt du, wie der Anfang von deinem Lied ist? Meine Damen und Herren, das ist Mambo Nummer 5. Und dann so, okay. 2 zu 3. Was hat sie gesungen? Macarena. Das ist also die Teile zwischen Rhythmen. Wo keiner zuhört. Wo keiner zuhört. Wo keiner zuhört. Wo keiner zuhört. Macarena. Wo keiner zuhört. Wie geil ist das? 4 zu 2. Möglicher Match. Nein, noch kein Matchpoint. Können wir mal ganz kurz das einspielen, wie Valle gesagt hat, er ist das Stück von ihm. Jetzt muss ich kurz das umstellen, denn jetzt geht es zu Deutsch. Oh mein Gott. Okay. Ja, wow. Ich bin ja jetzt schon raus. Wie verstehst du? 2 zu 4, weil wir sind bei mir daheim. Ich habe Heimspiel. Runde Nummer. Das heißt, ich habe die 4 außerhalb des Tor. Ja. Wenn du es wie Paris machst, verlierst du trotzdem im Rückspiel. Bitte. Jetzt sind alle unsere PSG-Fans beleidigt. Jetzt haben wir verkalkt. Ich ziehe durch die Straßen. Bis nachmittag nach. Verdammt. Hello darkness my old friend. Wenn du mal auf die Straße läst. Ihr habt euch bestimmt abgesprochen, Alter. Erster Satz. Aha. Erster Satz? Will ich mich verarschen? Das geht doch nicht. Es kommt jetzt auch wieder was Englisches ran. Ist mir egal. Kann ich mir raufholen. Ist mir egal, wenn man sich abspricht, das geht dann. Was? Wollen wir uns absprechen? Nee, bin ich raus. Zum Glück haben wir alles auf Kamera. Siehst du euch genau. Vor die Kamera gestanden. Nummer 8. Und Matchball bitte. Baby the reason I breathe is you boy you got me blinded. Oh pretty baby there's nothing that I wouldn't do. It's not the way I planned it. Show me how you want it to be. Tell me baby cause I need to know now. Oh because my loneliness is killing me. Terminal. I must confess I still believe. Hit me baby one more time. Ja man. Ja man. Ja man. Hit me baby one more time. Trifft genau auf das scharfe zu. Weil das trifft dich nicht nur jetzt. Das werde ich in ganz andere Situationen heute Abend oder morgen früh auch treffen. So. Herr Kirschenmann. Kein Thema. Damit kommen wir zu Ihrer Bestrafung. Ich liebe Curry. Okay. Das ist oder? Ist das okay? Ich habe keine Ahnung wie scharf das ist. Das ist übertrieben scharf. Dann. Also es ist schon richtig scharf. Okay. Kann man anfangen? Es hat sich gerade so viel Speichel schon in meinen Mund gesault weil es ist weil mein Körper weiß es wird jetzt scharf. Also ich nehme jetzt erstmal so ein bisschen. Ich denke ich nehme ich alles in den Mund oder? Oder? Safe. Ja. Ja. Geht. Okay. Der Rest direkt rein. Drei. Zwei. Eins. Weil ich brauche Luft. Komm. Weil ich brauche Luft. Das ist jetzt nichts besonderes. Relativ wild. Geht. Dreh weggeschmissen. Geht. Geht. Geht.